Und damit herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Röntgen von Grounded Playgrounds. Es ist soweit, nun endlich spiele ich The Legends of the Five Jewels. Wir haben ja schon The Origin of the Five Jewels gespielt, leider vor dem Ganzen, aber ich dachte, hey, du machst das Prequel davor, aber ich hätte es danach machen müssen. Egal, jetzt ist es so wie es ist. Das soll also die Map sein, von der alle begeistert sind. Jetzt, ich möchte mich auch begeistern lassen. Wir werden jetzt reinschauen und wir beginnen damit, dass ich mir erstmal die Schilder durchlese. Wenn jetzt irgendwas steht mit, du müsstest erst dieses oder jenes Level spielen oder wir empfehlen dir erst das und jenes zu spielen, es ist zu spät dafür. Wir spielen jetzt das. So, Welcome to The Legends of the Five Jewels. Das ist mein only Singleplayer. Okay, den Text, den kennen wir ja schon von Origins. In der dritten, ich mache noch Ego. So, ich mache so lange Ego, wie es geht. Ja, Candys, Multiple, das sind die gleichen Hinweise wie auch bei Origins. Ja, das sind die gleichen Hinweise ungefähr. Lass mich raten, es entzündet sich von allein. Bingo, jetzt würdest du mir sagen, dass es ein Respawn Point ist. Wir kennen es ja schon. Wir kennen es ja schon. Oh, Schlüssel. Schlüssel? Oh, ja. Guts. Schlüssel gefunden. Okay, was haben wir hier? Nochmal, ja. Louis P. Smart. Ah, Fungus und bin noch Family Pet. Ist der vergraben? Äh, ist der einfach vergraben? Wie könnte ich das Ding trinken? Das mache ich lieber nicht. Oh, Secret. Wir gehen nicht, dass ich alle finden werde. Es wird wahrscheinlich auch so sein, dass ich nicht alle Sidequests erfüllen werde. Wir kennen das aus Origins. Die ist versperrt. Das konnte ich mir schon irgendwie denken. Die ist offen. Das konnte ich mir auch schon denken. Lass mich raten. Versperrt. Jo. Aber das Haus an sich sieht schon geil aus. Vor allem das hier mit vor dem Fenster. Wie mit Brettern halt. Das ist wirklich kreativ. Muss man immer wieder sagen. Manche sind super kreativ. Ähm. Ist drinne? Nö. Nix drinne. Was haben wir hier? Ich habe schon ein Küster. Das ist ein Buchchen. Es wird so sein. Daher müssen wir uns dann Industrial und then noch ein Fluch sukilde annehmen. The Wolf. Ich kann nicht. Aber ich kann garne. Oder es? Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. No, no, no. Ich kann nicht. Wir müssen Winston suchen finden. Du brauchst einen Schlüssel. Ah ja, bei den ganzen Notizen da mord. Ich lese sie jetzt nicht darauf vor. ihr könnt ihr euch selber durchlesen ich lese die nur von mich das ist so eine uhr aber in seinem latsch wie ich ein festes kürzer so was haben wir mal gespielt da war es eine villa ich könnte mir bei gelegenheit man solche codes aufschreiben mit die maps mal anschauen ja schutz von interesse sondern hier 1700 man merken falls ihr auch ein code gibt so hey look what i found a limited edition and the ground was um die morgen gett startet ja ja wir gucken uns schon oben wir gucken uns um auch mal die wasen reingucken das haben wir schon die nämlich mit da unten war ja so eine tür was habe ich denn hier schläppen hält länger finalen schaden das ja die exes so ist nur hier unten drinnen hello winston bist du hier spinner notiz es ist wie das in blütterei also ich muss drei müssen ertönen das war noch mal schems da ist ja nichts ist was dahinter wir durchgucken ist was dahinter mit boden ja hier ist noch ein geheimer schalter das hier sieht vor allem so verdächtig aus diese die ja bis hier hin die kannte verdächtig ist jetzt muss ich was mit den lampen machen hm oh hier kann ich da rein ok hi place looked amazing once upon a time i wonder what happened here uh pfff ich kann auch nicht sagen jetzt muss nur noch mal was ist dahinter easy buddy einfach dong 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 newspaper it's been 12 long years since my house Christopher Packet Packet sagt mir was 20 war das nicht der aus origins packet die ich da finden musste der mir helfen sollte ist schon wieder ein paar Tage her seit ich es gespielt habe ich kann es nicht sagen ah und 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 diese 晶 1000 und ok ok Schöne Küchenzeile oh süßes was soll ichnakessen ich das essen also hat sie gegassen gefallen jo geht auf schon schauer verab Case Oh, hi! Ah, das ist Winston! Oh, das ist nicht all I did. I like to play harmless jokes on me, but this time I feel he has gone too far as to locking me in the freezer. It's bitterly cold in here. I hope he lets me out soon. Um... Es wird zu spät. Ich muss mal gucken, wieviel ich davon essen muss, um die Mutation zu kriegen. Oh, da muss ich sehr viel essen. Und da habe ich noch frische Aufwärme gekriegt. Schon Level 2, sehr schön. Oh, das ist ja nichts. Oh, das ist ja gut. Oh, das ist ja gut. Oh, das muss ich gucken. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ist ja nichts. Ich weiß nicht, noch was entdecken oder so. Wir haben da eine Ecke, näher, das ist erkennbar. Okay, irgendwie geht es nicht weiter. Ja, gucken wir mal draußen, ob die Türen offen sind. Ja. Ist das Nächste zu sagen? Nein. Hm. Super strange, hukustrange mäßig. Hier komme ich nicht rein. Irgendwas dahinter? Hier was dahinter? Ne, hier ist nur erdreich. Das hier ist verdächtig. Ich habe noch keinen Schalter bisher gefunden. Nur ich bin zu doof dazu. Hat die irgendwas zu sagen dazu? Was war das nochmal? Free Chimes erhealt. Ich weiß nicht, was Chimes sind. Schwierig, schwierig. Ist das schon die ganze Zeit so laut? Was ist das? Das ist nur. Ist auch so laut. Die hört sich leise an, oder? Okay. Ich glaube, ich weiß jetzt, was Chimes sind. Die drei sind damit gemeint. Warte ich hier, die da und die andere da unten. Es ist plötzlich Nacht geworden. Und ich komme nicht mehr raus. Schön. Und jetzt wieder so ein Dimensionssprung. Hier steht auch nur noch das Ding in der Luft. Warte. Oh. Das ist ja so. Genau. Hi. Oh, hi. Schön, dass du uns schauen. No. Oh. Dimensionssprung. Oh, das ist doch was du essen dran. Es geht wieder um Spinn. Ist das nicht nur eine? Er ist. Er ist. Herr Loser. Hier krabbelst. Nee, nee, nee. Weg auf das Vieh. Oh, guck mal wer da ist. Danke? Hast du nämlich gerne? Hm? Ähm, Jump'n'Run Action? Was war das? Ah, guck mal, da ist eine fette Spinne. Oh, das ist ein Statonrohr. Ähm, das gefällt mir nicht so ganz. Kann ich jetzt hier rüber springen? Nein! So, geschafft. Hallo? Äh, oben sieht ziemlich tot aus. Äh, so we're not. Ja, was, äh, on a head, while I catch my breath for a moment, I can't stop thinking about alpha. Ich nehme mal an, du bist Elisabeth. Ja, das war's wohl mit. Dir sollte es gut gehen. Ah, vielleicht ist es keine gute Idee, die Dinger anzuschlagen. Und Spinni ist raus. Oh, hi. Nein, nein, nein. Du böses Vier. Komm her. Hä? Ekelhafte Spinne. Ist frei. Oh. Das haben wir geschafft. Hier drüben noch irgendwas. So dunkel. Ich kann nichts erkennen. Was? 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 Ich muss. Ich muss. Achso. Okay, ich muss wohl hier rüber. Darunter stürzt, bin ich tot. Wunderbar. Armeisenkopf. Oh! Da war ein Feuerchen drunter. Witzig. Ah, yes! Ich liebe dieses Backpack! Schlüsselstache, Schlüsselstache. So, es wird schon da ist, dann ist es an der anderen Seite. Ich könnte es nicht besser werden. Für mich. Ah, Poison of Ava. Dann ist es ein Schotcut. Für die Spalter Cave. Für die Sauerjewel ist entzündet mit Strukturen. Und dann ist es all mine. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich finde, ich habe das. Und dann... Ich denke, ich bin... ...followed. Hm. Hier muss man also die Juwelen noch einzeln finden. So, da vorne sind Stacheln. Was ist das? Oh, ich habe ein bisschen Vorahnung. Warte mal. 1 mal 3. 1 mal 3. 1, 2, 3. Jo, ich hab eine Vorahnung. Ich habe... Warte. das merken kann bin ich mehr so gute merken ja, ging hoch, auf Zeit poli indiana jones ja ja es ist diese anspielung auch selber alles klar kann ich einen mitnehmen oder ist den secret wenn ich hier christus besser müsse die tasse seien die nicht so gut aussieht sagen dass man so aber das ist die gleichen tasten manche trinken was passiert dann sterbe ich nein passiert nichts aber hier ist es nichts es ist aber mehr auch nicht okay schön aber naja da ist eine bodenänderung die nicht zu dem hier passt und ich sehe da unten grund und boden oder das sagt ich sehe dort unten sowas ich kann nicht drüber springen nein ich wusste sowas von dass das nicht falsch ist da ist der boden einfach anders willst du mich vor allem beim spiel so jetzt bin ich hier unten gefangen oder was ich gucke mal ob hier noch seerosen wachs irgendwo unter wasser ist da 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 und lagerfeuer ich bin ja aber berater aber da ist noch zeit und das blieb wir bei jürgen wo sind sie denn ja da warst du tot aber daraus dass ich von irgendwelchen läuser rechnen ablenken wo ist jetzt die ameise jeder hinter sollte mich mal zurückziehen verband nehmen ach du kommst du dich durch ziemlich schnelle waffe dass sie auch mein verband erhält ja mal gar nichts der hält ja mal so überhaupt nichts gut ist tot jetzt we said now i'm okay for your good feet on way in okay ich habe nicht viel leid zwischen krick die beiden für switches und wird du musst doch ist wo sie sind und muss ich das herausfinden schöne lampen hier komme ich nicht rein carus hat schießen weg das heißt die alle kennen ja ja wach auf hier wifi tower okay ist das wifi passwort javasu wir haben den joke selber gebracht alles klar ich möchte eine axt was haben wir hier was da kann ich ja ich harte ich lasse es euch mal bis hier was passiert die hart oh ein schalter ich könnte daran liegen dass deine kann sich eingepflanzt war das habe ich gerade gemacht was er noch wachsen sehr schön ich habe bestimmt schon mindestens einmal sie rosen wachsen den kennen wir ja schon bei männern der ist damals gestorben der böse böse aufstehen haben durch den helden haben haben darf dann ist alles cool und fahrrad mal wieder das ist die blume bei dir ist dieser gras stänge bei denen ist die blume ich weiß wie das jetzt aussieht aber ja ich musste stehst du er hat mir den auftrag gegeben gesagt eine blume zu groß gefällt h h all den peak happy now you please new best friend ich auch was von dir ich bin's geiler lebensschuhe nichts bekommen Jetzt die Pflanzenfaser her. Weg mit euch. Komm hier. Hui, Fahrwerk. Ja, da war ja ein Käfer, der nicht aufgeregt werden sollte. Oh. Das ist jetzt blöd. Oh, der ist jetzt wach. Und weg. Und hat ein Loch hier reingerissen. Ups. Hier komme ich nicht weiter, aber ich komme auf den Turm drauf. Oh. Wirgelfleck. Sehr schön. Hui. So, eine Lampe fehlt noch. Ist hier bei dir irgendwie eine gewesen? Einladen wir da irgendwo? Sehr offensichtlich, die Lampe, wa? Äh, please. Be my friend. Just in time to get happy no more. If you are one on a tribe now. Schön. Schön. Kriege ich dafür auch irgendwas, dass ich jetzt ein Teil von euch bin? Weißt wohl nein. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Wem, da komme ich nicht in die Brude rein? Aber ich glaube, der will mich auch nicht mehr in seine Brude drin haben. Hey. Oh, wie viel Werk. Ja. Guck mal. hab ich extra aktiviert beim vivi tower also richtig was geben tut ihr mir nicht so da wird gerechnet dass ihr mir was gibt für die aufträge so tippe und ihr habt fears will not try my bar try it now look good good luck not sure how to say who I'm all geared up Das sieht mir gut aus. Warte mal. Das Messer nehme ich mal hier unten rein. Passt zu weit erst mal, oder? Schild, schild, aber warum keine Kopfbettdeckung? Hey, ach, mach mal eine Uhr. Was ist ein Hammer? Ich habe mal hier, wenn du schon sagen, ich habe ein Lies. Ich habe einen Hammer gegeben. Du verseuchtert, du. Nett von dir, wirklich. Ähm, mach mal hier hin. Oh, hi. Egal auf das Vieh. Hast du das Vieh aus dem Dorf? Warte mal, kann ich hier mit dem Hammer? Oh boy. Oh, ich muss da einen Käfer töten. Oh, ich muss da einen Käfer töten. Oh, ich muss da einen Käfer töten. Nur einen Käfer getötet. Sorry, dafür. Lass mich wieder rein, oder bin ich jetzt Feind? Nee. Na ja. Gut, Käfer tot. Was sollen wir machen? Da falle ich runter. Ups. Töde ist. Komm schon, sieh raus. Wachs und Wachs. Lass mich raten, öffnest du die Tür. Oh. Aber wo ist der andere Eingang von vorhin, hm? Den gibt es nicht mehr, hm? Oh. Wachs und Wachs und Wachs und Wachs und Wachs.